Ich stehe hier mit Udo Lütze, dem Inhaber der Lütze International Group am Lützestand auf der Hannover Messe 2018. Herr Lütze, dieses Jahr zeigen Sie etwas ganz besonderes hier in Hannover, einen überdimensionalen begehbaren Schaltschrank. Was hat es damit auf sich? Ja, es ist unser Ziel, dass wir unseren Kunden unsere Technologie wortwörtlich näher bringen, dass es begreifbar wird, dass es begehbar wird, dass man hier tatsächlich an die Objekte etwas näher rankommt und einen Schaltschrank zu erleben. Das ist schon mal etwas Besonderes, besonders wenn man es eben auch mal von der Innenseite sehen kann. Welche Produkte und Lösungen kann man hier zum Beispiel im Inneren sehen? Das Herz von jedem Schaltschrank von unserer Perspektive ist natürlich das Airstream-Vertratungssystem, das wir auch hier wieder darstellen und wir wollen natürlich nicht nur die Technologie und das System zeigen, sondern auch die Vielfältigkeit und die ganzen Lösungen, die hier angebracht werden. Sie merken vielleicht, dass es ein bisschen zieht. Das hängt damit zusammen, dass wir hier einen überdimensionalen Airblower angebracht haben, der die Luft runterdrückt. Das ist eine Technologie, die wir einsetzen, um die Wärme im Schaltschrank besser zu verteilen und dafür zu sorgen, dass wir prima Klima im Schaltschrank haben. Ich sehe aber auch Netzgeräte, Wandler und andere Komponenten von Lütze. Ich darf doch bitten, also unsere Komponenten, die passen natürlich alle auf unser Airstream-System und wir wollen hier schon die Vielfalt zeigen. Aber nicht nur die Vielfalt ist uns wichtig, sondern auch den Kunden zu zeigen, dass unsere Produkte aufeinander abgestimmt sind. Sie arbeiten harmonisch miteinander. Wir versuchen immer ein intelligentes Produktportfolio anzubieten. Intelligent für mich bedeutet, dass man mit so wenig Produkten so viel Lösung wie möglich anbieten kann. Das hilft natürlich auch dem Kunden, dass er nicht mit x verschiedenen Produkten arbeiten muss, sondern dass es eine überschaubare Anzahl ist. Und das ist ein Thema, das für uns nicht nur im Schaltschrank zutrifft, sondern auch außerhalb. Wir sind jetzt auf der Außenseite des Schaltschranks angekommen. Was zeigen Sie hier? Gut, ein Schaltschrank muss natürlich auch mit der Anlage und der Maschine verbunden werden. Und das ist genau das, was wir hier darstellen. Auf der einen Seite die Durchführtechnik, die wir anbieten mit verschiedenen Lösungen, sowohl für Datenleitungen, für Leistung, für Kontrollsteuerungen und sonstige Gerätschaften. Des Weiteren haben wir ein sehr breites Spektrum an Kabel, die wir anbieten. Die sind auch hier auf Messestand natürlich vertreten. Zum Beispiel haben Sie sie hier im Fußboden verlegt, um die Leitung zu zeigen. Wir haben aber auch hochflexible Leitungen, die wir hier in der Schleppkette zeigen. Ein Bereich, den wir schon seit über 50 Jahren bedienen. Da war man einer der Pioniere. Und wir bieten natürlich nicht nur die Leitung an, sondern auch die konfektionierten Kabel. Also eine komplette Verbindungslösung. Das klingt nach einem schlüssigen System. Absolut. Wir achten darauf, dass unsere Produkte alle sehr gut zusammenpassen, harmonisch integriert werden können. Und dass der Kunde bei uns eine Komplettlösung kriegt, die wirklich von der Maschine bis in den Schaltschrank aufeinander abgestimmt ist. Vielen Dank für die Erläuterung zu diesem interessanten Exponat. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.